Ja, liebe Otto-Freunde, wo ist da der Bauerhause heute? Samstag, 15. Oktober in Bad Bellingen, Hertingen auf dem Hof Ettenbühl, dem Rosenhof. Und da gibt es auch ein Whisky-Tasting. Basteln kannst du auch, wenn du willst. Und wir gehen jetzt da Rosen kaufen für unser Blumenfeld und für unseren Garten, wie alle Jahre. Ja, und im Einkaufswagen sind immer mehr Rosen. Und jetzt haben wir gerade eine Rose genommen, die heisst Stadt Basel. Schön, eine weisse. Ja, das Rosen kaufen hat Hunger gegeben. Wir haben im Landhaus zu Mittag gegessen und wie immer sehr, sehr fein. Ja, liebe Otto-Freunde, der Bauerhause, die Anne und der Rai stehen auf französischem Boden. Rauf dann über die Grenze und dem Rhein entlang runter auf französischem Boden Richtung Basel unterwegs. Ja, liebe Otto-Freunde, wieder zurück von unserer kleinen Rundtour über Bad Bellingen, dann rauf über die Grenze nach Frankreich, dem Rhein entlang runter bis Basel und dann haben wir in Moutenz Stop gemacht. Dort ist Ryan, der uns für zwei Monate hilft, seine Eltern wohnen in Moutenz. Von Moutenz, dann ab wieder nach Hause und es ist jetzt 18 Uhr und ich schaue da auf das Vickhafer-Gemeinchen. Ich zeige euch das. Man probiert auch davon und sie sagt, es ist gut. Zeit zum Silage machen. Hier angemeldet, morgen Sonntag Silageschnitt. Jawohl. Mit der Wetterprognose sehr gut, bis Mittwoch kein Problem. Darum morgen schneiden. Die Numa ruht sich aus auf dem Braugerstenberg, das da gekeimt hat. Oh, es ist schon leicht grün. Schön, kommt regelmässig. Ja, okay und das war es auch wieder vom Samstag, der 15. Oktober. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Und ihr könnt mir was unten reinschreiben, das würde mich freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Und die Numa verabschiedet sich auch von euch, gell, Numi? Numi, Numi. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Numi sagt auf Wiedersehen. Ja, 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 ja. Die Numi sagt auf Wiedersehen. Ja, 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 ja. So lustig. So lustig, gell, ja, 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 ja. Unsere Fraueli da. Unsere liebes Fraueli da. Gell? Hallo